Sooo... Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Oh, da hab ich das Kabumm gehört. Ah, hi Juli! Hi! Ich versuche mal irgendwo zu dir zu kommen! Ja, einfach drüber springen. Irgendwo Wasser? Jetzt kein Wasser? Nö. Nee, ne, ist aber auch kein Wasser. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Ja. Auf, auf und davon ist es drunter gebaut. Jetzt interessiert mich mal, was Jonas mit mir geschrieben hat. Oha. Dann schau doch noch. Ich glaube, ich hab's auch viel gefunden. Warte, ja, ich glaube, das ist auch viel. Oh Gott. Oh, lol. Was hat er geschrieben? Dass wir ihn kurz hochziehen sollen. Warum? Weiß ich nicht. Wegen dem letzten MW2 Video. Hä? Kann er nicht lesen? Er hielt doch wohl, dass wir im Aufnahmeschannel sind weg. Hab ich ihm auch geschrieben. Geh weg. Hier ist der Creeper. Hoomerang auf death. Töte ihn. Warte. Ein Hoomerang von nützlich. Haltet die Monster fern, oder? Ja. Ja. Ja, den Bumroang hab ich. Ich kann einen Creeper von hier oben aus töten. Hätts macht's? Ach so, das Ding macht dir Schaden. Ja, klar macht dir Schaden. Jetzt hab ich das daheim gelassen. Ja, hab ich mich eigentlich auch gefasst. Ich hab mir gedacht, gut, ich weiß schon, was er tut. Ich hab mir erst den Erz, was ich nur mit der Eisenspacker bauen kann. Ich weiß auch, was ich tue. Naja, manchmal. Ja, manchmal auch tatsächlich. Uuuuuh. Was für zwei Kopor gibt's hier eigentlich? Keine Ahnung, was verschiedene. Bisher hab ich nur eins gefunden. Oh, ich hab Ruby Ohr. Ah, das weiß ich noch, dass es gut ist. Hehehe. Wenn du nicht viel merkst, aber das merkst du dir. Ich merk mir, was gut ist, ja. 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 Irgendwann bist du, ne blaue ist da oben. Weil du bekommst auch, um mich hochzubauen. Bist du immer noch oben oder bist du schon? Der schrecklich nicht so. Ich hab dann, alter. Was ist los, was ist los? Ist der mittlerweile auch noch oder bist du immer noch oben? Hey, wie? Ja, auch dort in der Schlucht bist. Ich bin nicht in der Schlucht, ich bin den Abzweigiger. Oh, in der Schlucht. Oh, ich muss den zweiten Bildschirm ausmachen, das ist mir zu hell. Oh, jammerlich, warum? Ohne Scheiße, ich muss das Augen zukneifen, weil das so hell ist. Machen wir noch dunkler. Das ist die dunkelste Einstellung. Cool, ich hab irgendwas rausgefunden. Wie viel Uranium! Ist ja geil. Wie viel Uranium brauchen wir denn für so'n Ding? Was? Keine Ahnung. Ich wollte mich damit eigentlich schon befassen, aber ich hab mich noch nicht damit befasst. Stimmt, du hast gesagt, bis zur nächsten Aufnahme bist du vorbereitet. Ja, aber kann ich doch nicht. Weil ja erst ein Tag vergangen ist. Ja. Hier ist Lava. Nee. Und Eisen. Ist das irgendwo... weiter? Oder auch nicht? Oder auch nicht? So. Aber was, ich auch noch brauchst die Dynamic Lights. Wär auch nicht schlecht. Ja. Oder ein Damage Indicator. Hm. Alles... Alles so... Kleinigkeiten. Aber dann wär's ja eigentlich kein Tech-It-Light mehr, weißt? Na gut. Das hat aber nicht viel damit zu tun. Jaaaa... Aber... Das hat doch schon was Tech-It-Light. Es geht eben mehr darum, einen maschinellen Motzen zu. Jaaaa... Ist in Ordnung. Ist doch einfach eine ältere Version als UD. Ja. Wo man nicht mal mehr ziehen kann. Jaaaa... Aaaaaaaa... Ich selber hab keinen Schatz zu bekommen. Ich hab genug Eisen. Echt? Wie brauchst du? Warte, ich kann sich gleich sagen. Ich hab 48. Okay. Das ist bei dir schon genug? Ja, um hier erleben dann mehr Equipment zu machen dafür. Achso. Jetzt die Hasen 54. Ich hab 37. Oh, schlechtere Mann, schlechtere Mann. Ja, ich find hier mehr Copper als Eisen. Oh, hier. Cool. Oh, hier. Die Lava! Da will ich michends hin. Ho, o, ho, ho! Zombie & Creeper! pela! Schaffe IchxKie! know my long gang! Ich hab nur noch vier Herzen. Ruh. Mami, regenerier dich. was nur kurz kommen wenn der point an ist okay gut gut dass ich es noch mal angemacht habe ja ich habe einen Spawner wundervoll abbauen abbauen jetzt brauchen wir noch keine XP-Farm aber warum soll ich den abbauen was brauchen wir denn bitteschön was brauchen wir denn jetzt bitteschön ja für nichts aber warum soll ich den dann abbauen ich kann einfach ausleuchten da leuchtet er eben aus mein Gott naja dann haben wir ja später eine XP-Farm oh Gott ja wie lang zum Grundsinn steinschwert ja 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 da wird schon zu viel umrufen ob die nun wurden den Morsi Koppelstern wollen wir nicht oder? äh nicht unbedingt nicht Ich gehe mal nochmal rein mit. Ah! Tim! Normisch. Du du dum! Und hier gibt es übrigens auch den gescheiten Generator, den man auch gut arbeiten kann. Geothermal-Generator und so'n Scheiß. Ja, den normalen Generator von Anfang an eben. Weil den gab's ja, im normalen Ticket gibt's den nicht, da gibt's nur den, ähm, äh, 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 für den gibt's Craft. Für die Arketen den ganzen Scheißdreck. Speisen würde sie, oh mein Gott. Eine Schikane. Alter, geht's nach oben. Mach das. Ganz viel Copper. Eine Kohle vergessen. Oh, das ist wieder Tag, zum Glück. Geh direkt, du Kackviech. Wieder deinen Namen. Misch dich auch. Wundervoll. Ja, äh, find der Maus, ich krieg jetzt auch schon die Lava rein. Ach, so grundlegend schon wieder. Wir sounden immer noch extrem laut. Oh, es regnet, glaub ich. Besser gesagt, es gewittert. Hab's dir gesagt? Es gewittert, oder? Ja, das auch. Ja.